hallo herzlich willkommen ich bin der semtex wookie und ich wollte euch einen lustigen schädel zeigen von halo 5 das heißt lustiger schädel bei halo muss man halt wie in jedem teil muss man schädel finden in jedem level sind ein bis zwei schädel versteckt schädel wirklich wie der name sagt da sitzt der lustige geselle hat den schädel in hand einfach kicken den vogel also ich dachte den muss ich euch zeigen und ja nichts besonders aber ich fand einfach lustig und dachte mir dass das muss ich euch teilen also hat rein viel spaß ok